Hi, ich bin Simon und ich habe hier zwei nahezu identische Onewheel Pint X. Das ist von meiner Frau, das ist meins. Das ist tatsächlich das, was ich beim Destroy Boredom Contest 2022 gewonnen habe. Das Gewinnervideo vom Destroy Boredom Contest hänge ich ans Ende von diesem Video dran. Diese beiden Reifen habe ich vor einiger Zeit auf diese beiden Onewheels hier aufgezogen, am selben Tag tatsächlich sogar. Und die große Frage ist jetzt so ein bisschen, welcher Reifen ist besser? Das sind beides Reifen, die speziell für das Pint und Pint X entwickelt worden sind. Das hier ist der All-Terrain Treaded Tire von Barrows & Craft & Ride. Und das hier ist der Enduro von Float Life. Und ja, ich habe mir mal angeguckt, auf verschiedenen Strecken und so weiter, wie die Reifen, wo der Unterschied ist, was gleich ist, vergleichbar, letztendlich welcher Reifen besser ist. Und zwar konkret habe ich mir die Reichweite angeguckt, das Fahrverhalten, die Lautstärke beim Fahren auf der Straße und den Preis letztendlich, der spielt auch eine Rolle. Beginnen wir mit der Reichweite bei den beiden Reifen. Da habe ich unterschiedlich erstmal geguckt, Straße und Offroad, um das so ein bisschen voneinander zu trennen, ob es da Unterschiede gibt. Dazu haben generell beide Reifen für die ganze Zeit des Tests immer den gleichen Reifendruck gehabt. Ich habe immer geschaut, dass die beide auf 22 PSI sind, damit das halt ausgewogen ist. 22 PSI, würden viele Leute sagen, ist ein bisschen too much, insbesondere für Offroad-Geschichten. Egal, habe ich so gelassen und ich fahre auch generell gerne mit relativ viel Reifenluftdruck. Deswegen, Hauptsache jetzt für den Test war natürlich, dass es gleich ist. Die Reichweite habe ich dann über die Onewheel-App getrackt. Und dann bin ich halt immer nacheinander die gleichen Strecken gefahren, einmal mit dem, einmal mit dem. Bin natürlich bei gleichem Wetter und habe das dann so ein bisschen miteinander verglichen. Die Strecken waren mal Offroad, mal Asphalt, gemischt, aber letztendlich halt immer nacheinander, mal mit dem und dem mit dem. Meine Erwartungshaltung war tatsächlich, dass der hier einen höheren Akkuverbrauch an den Tag legt, weil das Profil einfach gröber ist. Das wäre jetzt einfach so meine vollkommen subjektive Erwartungshaltung gewesen, die nicht auf wissenschaftlichen Fakten basiert. Aber, also ich bin wirklich viele verschiedene Strecken gefahren und an verschiedenen Orten, Straße, Offroad, Wald, Sand, Feldwege. Am Ende tut sich da nichts. Wirklich überraschend wenig. Also es war, mal hat der ein bisschen mehr verbraucht, mal das hier. Also es ist wirklich, und das alles auch irgendwie bei Strecken von 10 bis 15 Kilometer Länge im Prozentbereich von 1, 2, seltenst mal 3 Prozent. Wobei es natürlich auch sowieso schwierig ist, immer exakt gleich eine Strecke schnell zu fahren. Also das, am Ende hätte ich wesentlich mehr erwartet, dass zumindest einer der Reifen mehr Akku verbraucht auf der gleichen Strecke. Aber die tun sich da echt wirklich gar nichts, zu meiner Überraschung. Also Reichweite ist egal, macht keinen Unterschied. Spannender wird es jetzt beim Fahrverhalten. Das ist natürlich jetzt eine subjektive Geschichte. Das ist Geschmackssache und so weiter. Und da kann jeder selbst entscheiden, was er lieber hat. Auf der Straße ist der Enduro wendiger, weil er ein bisschen runder ist hier. Das Profil ist noch ein bisschen runder, der hier ist ein bisschen eckiger. Und er läuft ein bisschen ruhiger, habe ich so das Gefühl. Der hier ist einfach ein bisschen, ich weiß es nicht, der läuft einfach nicht ganz so sauber. Trotz allem ist aber der originale Reifen noch wesentlich wendiger als diese beiden Reifen. Also der originale Reifen ist einfach noch vom Profil her ein bisschen runder und wendiger letztendlich dadurch. Der Reifen hier liegt tatsächlich eher wie ein Brett auf der Straße. Eher vergleichbar mit dem XR, mit einem relativ eckigen Reifen, wo diese Kante hier relativ hart abfällt. Das ist für die Straße, will man das eigentlich eher nicht so. Da möchte man eigentlich meistens eher, um schön zu karven, Schlangenlinien zu fahren, eher lieber ein bisschen was Rundes haben. Der hier ist halt wirklich super stabil auf der Straße. Und der hier ist irgendwo so zwischen dem Originalen und diesem Reifen hier angesiedelt, würde ich jetzt mal sagen. Auf Wald- und Feldweg ist es natürlich genau umgekehrt. Da wollen wir möglichst stabil unterwegs sein und da glänzen natürlich dieser Reifen jetzt. Man hat halt einfach letztendlich eine breitere Lauffläche, die schluckt mehr Steine, mehr Hugel, mehr Wurzeln und so weiter. Und verzeiht einfach viel mehr. Da ist dieser Reifen viel stabiler unterwegs. Natürlich umgekehrt auch, je nachdem wie technisch das Terrain ist, möchte man mitunter gar nicht so stabil auf dem Boden liegen, sondern halt den Hindernissen eher ausweichen, als drüber fahren. Das ist jetzt so ein bisschen Geschmackssache, aber generell ist das hier eindeutig besser Offroad. Soweit ich das jetzt vom Gefühl her sagen würde, man fühlt sich hiermit sicherer. Man verliert nicht so schnell, ja, letztendlich das Board unter den Füßen. Das Ganze spiegelt sich natürlich auch auf rutschigem Boden wieder, wenn es so ein bisschen matschig wird oder einfach feucht. Auch da natürlich über das gröbere Reifenprofil hier mehr Grip und man schmiert nicht so schnell weg wie mit dem Reifen. Hier setzen sich die Rillen schneller zu mit Matsche oder auch auf nassem Laub zum Beispiel. Da gibt dieser Reifen einfach ein bisschen mehr Sicherheit. Sonderfall Sand habe ich mir auch noch angeguckt. Wären wir bei uns in der Gegend keinen Sandstrand, leider sage ich mal, aber ein Feldweg, der sehr, sehr sandig ist, wo man schön runterfahren kann. Da ist es so ein bisschen schwierig, also wer schon mal mit dem Onewheel auf dem Sand war, weiß, vor allem das Losfahren auf dem Sand ist so der Knackpunkt. Das geht mit beiden, mit dem aber besser, weil er einfach mehr Grip auf dem Sand hat. Das ist letztendlich ein bisschen vergleichbar wie mit dem Matsch an dieser Stelle. Man kommt hiermit besser weg und der Reifen dreht nicht. Man gräbt sich nicht so schnell in den Sand ein, man kommt ein bisschen besser weg. Wenn man dann mal fährt, fand ich diesen Reifen hier angenehmer zu fahren auf dem Sand, weil man nicht so mit dieser Kante sich dann schon mal eingräbt, wenn man um die Kurve im Sand fährt oder so. Hier hat man dann eher so eine harte Kante, wo der Sand dann unter einem wegbricht. Das ist hier nicht so, man hat eine bessere, stabilere Kurvenlage im Sand. Und wahrscheinlich auch, weil hier das Profil mehr um die Ecken rumgezogen ist und generell diese Kante hier runder ist als hier an dieser Stelle. Also Sand, würde ich mal sagen, tatsächlich eher gefällt mir der hier besser. Lautstärke beim Fahren spielt nur auf der Straße eine Rolle und ist auch nicht so groß, wie ich dachte. Ich hätte auch hier erwartet, aufgrund der viel größeren Rillen und so weiter, ist der lauter. Allerdings machen hier diese kleinen Rillen in dem Profil durchaus auch ihren Lärm. Die klingen zwar unterschiedlich, aber von der Gesamtlautstärke her tut sich da nicht viel. Das ist natürlich bei beiden ein enormer Unterschied zu einem Slickreifen, wie er standardmäßig auf dem Pint drauf ist. Aber gut, das kann man nicht vermeiden. Profilreifen ist nun mal einfach lauter irgendwo. Ausnahme natürlich, wenn sich hier Steine im Reifen im Profil festklemmen, dann ist der natürlich lauter, weil dann klackt das die ganze Zeit. Aber da kann man natürlich was gegen tun. Kommen wir zum Preis. Der Enduro hier kostet im Moment 140 Euro, wenn man den in Europa kauft, plus 12 Euro Versand. Der wird aus Frankreich verschickt. Das ist natürlich ziemlich teuer. Zudem ist er aktuell wieder komplett ausverkauft und weil, keine Ahnung, wahrscheinlich dauert das wieder Monate, bis eine neue Lieferung überhaupt nach Europa kommt. Und wenn man den aber in den USA bestellen möchte, da bekommt man den natürlich ein bisschen besser. Da kostet er 120 Dollar, ist also erstmal ein bisschen günstiger. Aber Versand kostet da 50 Dollar extra und natürlich besteht da die Gefahr, dass der im Zoll dann noch hängen bleibt. Und dann muss man halt nochmal, wenn man Pech hat, obendrauf zahlen. Der hier ist ein bisschen günstiger. Man bekommt den leider, soweit ich informiert bin, nur in den USA bei Craft & Ride. Der kostet da normalerweise 125 Dollar, ist aber sehr oft irgendwie ein bisschen reduziert, dass er dann irgendwie so bei 110, 105 oder so ist. Außerdem bekommt man da den, ich sag mal, alle Tage wieder, irgendwie alle zwei, drei Monate gibt es da versandkostenfrei, auch international, was ziemlich nice ist. Natürlich besteht auch da die Gefahr, dass der im Zoll landet. Aber letztendlich ist dieser Reifen einfach ein Stückchen günstiger und besser verfügbar. So, jetzt sind wir schon beim Fazit angekommen. Nochmal zusammenfassend, letztendlich machen beide Reifen Spaß. Und mir gefallen die auch beide besser als die originale Reifen, einfach weil sie ein Profil haben und nicht viel Offroad unterwegs bin. Und es macht einfach mehr Spaß, über Wiesen und Felder und Wälder zu fahren, als über die Straße, ist so zumindest meine Einschätzung. Für richtige Offroad-Fans, es ist eigentlich keine Frage. Der hier ist da die Wahl und keine Diskussion so. Für Leute, die gemischt fahren, die mal Offroad, mal Straße fahren oder auch, ich sag mal, leichtere Waldwege einfach nur fahren, die sehr, sehr eben und wo auch viele Fußgänger unterwegs sind, ist das hier durchaus eine attraktive Option, weil er halt auf der Straße einfach sich schöner fährt und auch einfach im Wald wendiger ist, ein bisschen spielerischer würde ich es nennen. Man kann damit schöner rumkarven und ist letztendlich dann, ja, eine Geschmackssache. Das ist einfach ein Kompromiss aus beiden Welten, der meiner Meinung nach auch sehr, sehr gut gelungen ist. Also da haben die echt gute Arbeit geleistet. Für mich persönlich ist der Berris hier eindeutig die bessere Wahl, weil ich halt größtenteils Offroad unterwegs bin, wenn ich auf der Straße fahre, dann um zum Wald zu kommen oder um eine wirklich gemütliche Sonntagstour zu machen. Und da spielt dann das Profil auch keine riesengroße Rolle. Außerdem ist der Reifen nun mal einfach ein Stückchen günstiger und die sind eh schon viel zu teuer, ehrlich gesagt, für so ein Stück Gummi. Trotzdem würde ich mir immer wieder diesen Reifen kaufen. Und das liegt einfach daran, dass das hier mein eigentliches, ich nenne es mal Haupt-Oneville ist. Das hier hatte ich ja gewonnen, praktischer, schönerweise, wo ich mich immer noch sehr darüber freue. Und wie man unschwer erkennen kann, ist hier auch ein Berris Offroad-Reifen drauf. Das ist der 5,5 Zoll. Und immer wenn es wirklich in den Wald geht und schnell gefahren wird, auch zum Rennen fahren und solche Geschichten, es kommt ja auch mehr und mehr, ist das hier meine Wahl. Und das ist, so blöd das klingt, einfach nur mein Zweitbord. Und da ist dieser Kompromiss, dieser Hybrid aus Straße und Offroad einfach genau das Perfekte für mich. Und macht einfach Spaß und bringt mir außerdem ein bisschen mehr Abwechslung dann rein. So, dass ich mal sagen kann, ja gut, jetzt habe ich heute doch mal Lust auf ein bisschen was anderes und dann fahre ich mit dem hier. Außerdem, zu guter Letzt, dieser Reifen hier sieht auch einfach ein bisschen cool aus, muss man sagen. Der macht ein bisschen mehr her als der. Aber auch das sieht darum Geschmackssache. Das war's. Herzlichen Dank, wer es bis hier geschafft hat mit dem Zuschauen. Wenn ihr Fragen dazu habt oder Feedback, Anregungen, schreibt gerne einen Kommentar. Wenn euch das Video vielleicht sogar bei eurer Kaufentscheidung oder so geholfen hat, lasst gerne ein Gefällt mir da. Wenn ihr noch mehr rund um diese ganzen Teile hier sehen wollt, gerne auch unseren Kanal abonnieren. Wir haben mehr geplant für die Zukunft. Ja, und ansonsten bleibt jetzt nur noch vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt kommt am Ende noch unser Gewinnervideo vom Destroy Boredom Contest. Viel Spaß damit und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.